Pizza, Pizza, ich will noch ne Pizza, ne Pizza, ne Pizza, ne Pizza, 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 ich will noch ne Pizza, ich will noch ne Pizza, ich will noch ne Pizza, ich hab die Kiste kaputt gemacht. Okay, fantastisch. Wird das jetzt echt das Intro? Nein, mach was vernünftig ist. Entscheide selbst, das ist mir egal. Hallo und willkommen zurück. Das Publikum, willkommen zurück. Wir sind ein Feuer von Dark Souls. Ich bin der Kämpfer Sakaichus Corner und der Failort spielt jetzt Dark Souls, unseren fantastischen Helden. Ich hab seinen Namen vergessen. Ist es weiterhin Failen? Wir sind Failen, ja. Okay, ich dachte wir hatten irgendwie den nochmal umbenannt in Failen. Failen Door. Failen Door. Warum nicht? Das wäre irgendwie cool. Und wir haben kein Beinkleid. Wir haben auf coole Sachen kommen wir doch nicht. Ja, wir waren glaube ich ein bisschen zu schwer, um den falschen Schnabel zu tragen. Ja, irgendwas war, irgendwas hat uns gestört. Oh, das ist, ist das weird jetzt so wieder auf, vor allen Dingen, ich bin ja nicht, ach doch, ich bin ja immer noch auf dem Xbox One Controller. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch auf dem Xbox 360 Controller zurück, aber nein, das nicht. Das nicht. Aber, wenn ich die ganze Zeit Elden Ring spiele und dann jetzt mit einmal, ich kann nicht mehr springen. Äh, Dark Souls. Auf so einer Stelle mitten im Feld, wo man nicht springen muss, ich kann nicht mehr springen. Ich habe A gedrückt, da ist nichts passiert. Er steht einfach nur da und sagt, ich kann nicht mehr springen. Natürlich sieht man ja, ich bin ja nicht gesprungen, oder? Nö. Ach ja, du wolltest ja den Schwarzritter machen, oder? Du, also jemand. Also du? Also ich meine, da liegt ein cooles Item bei denen. Ach ja. Es gibt uns ja der, 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 der. Ganz schönes Karaffel. Ich weiß jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Seelen wir noch schlecht rumliegen hatten. Stimmt, 5.000 Millionen. Na, 5.000 doch noch nicht. Durch 5 Millionen. 5.000 Millionen durch 5 Millionen sind 5.000. Echt? Ja. Okay. Ja, da fragst du den falschen. Wenn du 5.000 mal 5 Millionen hast und dann durch 5 Millionen reinkommst, Das ist 5.000. Was sind die Kommentare, ob das stimmt? Aua! Ich find das ziemlich sus. Was soll denn das? Das war nicht so gierig. Ich bin da nicht gierig. Jeden Meter, den man in Dark Souls Vorwärts geht, entspricht... Ich bin doch jetzt auch gerade irgendwie gedanklich so gewohnt, so overpowered zu sein. Ja. Aua. Oh! Aber wenn man halt wirklich die Schmerzgeräusche von dem weiblichen Dark Souls Charakter und dem männlichen vergleicht, der männliche klingt nicht so, als wenn er gerade Schmerzen hat. Das wollte ich für mich so machen. Boah, hast du das gesehen? Aua! Ne. Weiß ich was... Bei dem Ritz in der Textur? Das ist völlig irre. Ja, ja. Das ist halt Dark Souls. Na. Stimmt, wir haben ja den Flakon schon auf Plus 2, richtig? Ja, wir sind richtig derbe unterwegs. Mann! Wir müssen ihn ja auch benutzen. Tue ich doch. Gut, viel zu viel. Ja, hier habe ich immer einen Siegul vermutet. Aber irgendwie ist ja keins. Doch, hier steht ein Typ um die Ecke. Also erstmal hoffe ich es mal, dass die jetzt nicht mit nach unten kommt. Na hier rechts um die Ecke stand hier nicht ein Typ. Ne, hier ist einfach nur so. Ich dachte immer, man kann hier irgendwie... Oh! Da sind sie! Oh Gott! Die haben mich halt schon gerade ein bisschen überrascht. Ja. Ja, kann ich verstehen. 40 waren sie da. Niemand hat damit gerechnet. Vielleicht war er ja da. Die trauen sich nicht. Die können die Treppe gehen nie gelernt. Wie die da stehen! Wie viele das auch sind! Ja! Naja, das sind die von dem Bereich vorher wahrscheinlich auch noch. Dass die so weit laufen können, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich dachte eigentlich auch. Der geht nicht guter aus. Ja, die Beine sind doch schon atrophiert. So, dankeschön. Jetzt habe ich nur zwei Essos. Nun, das sind die plus zwei. Ist doch schön, dass wir die haben. So, okay. Hier kann man noch nicht richtig schleichen, ne? Du kannst dich nicht hinducken oder so. Das meine ich, ja. Du kannst einfach nur gehen. Und wenn du zu weit gehst, bemerkst du dich. Und wenn du zu kurz gehst, ja. Fanta! Dann kannst du ihn nicht... Sehr merkwürdig. Ah! Okay. Der Heavy Attack ist kacke. Hätte ich ihn nicht jetzt zu testen sollen. Nein! Warum? Ah! Du hast doch... Du hast doch so einen Fischel. Ja. Ah! Der hat den sogar getrunken! Ja. Der hat sogar das Dingens gehabt. Und der hat nicht abgezogen. Und mir... Ja. Das ist meine Lebensleiste abgezogen. Wir hatten eigentlich Humanity, warum auch immer. Jetzt ist es null. Vielleicht von einer Ratte? Nee. Nee, wir haben nichts benutzt. Das stimmt. Aber die Humanity. Die war einfach... Keine Ahnung. Man kriegt einfach manchmal... Ich glaube, das ist jetzt nicht Soft Humanity. Soft Humanity? Die kriegt man einfach so, ja. Also es ist auf jeden Fall... Wenn man online spielen würde... Die Weichteile. Genau. Okay. In den Elden Ring... Wenn man alles gemacht hat... Dann hat man ja alles gemacht. Der ist ja scheiße. Dann kann man ja nichts mehr machen, wenn man schon mal alles gemacht hat. Oh! Ich wollte eigentlich rollen, aber er ist nicht gerollt. Vielleicht ein bisschen langsamer... Ja. Ich bin voll halt im Elden Ring Durchrennmodus irgendwie. Das ist schlimm. Ja. Take your time. Man, ich wünschte, wir hätten hier oben schon die Dinge freigemacht. Die Hupen. Ja, genau. Die Leiter. Die Leiter, ja. Ich kommst jetzt auf die Hupen. Na ja, was du sagst, oben freigemacht. Ach so. Okay. So weit habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Oh, guck da. Jetzt, jetzt, aber... Okay. Wenn du mit der Axt auf ihn rauf sprichst, schmeiße ich noch einen Explosionskörper. Einen Explosionskörper. Einen Explosionskörper. Oh, ja. Oh. Ich? Oh. Drücke 10.000 Mal Rolle. Oh, der klang besonders fürchterlich. Oh. Ich sag doch, der genießt das ein bisschen zu sehr. Oh. Oh. Du hast einen Pfeil im Rücken stecken. Ah. Ist das Elden Ring? Ja, der musste laden für die Oberseite des Turms. Das ist eine Instanz. Ich war eben auf 14 Frames runter. Stand da jedenfalls. Ich gefühlt war es null. Beziehungsweise einer. Nein. Mann, Mann, ich kann nicht springen. Ich muss nicht A drücken. Nein, du kannst das zu. Einfach so. Es ist Spaß. Ja, tue ich auch. Also, Spaß macht es nicht, weil nichts passiert. Ne, den anvisieren. Nein. Ihn anvisieren. Danke. Guckt erst mal die Ferne. Den da. Da ist nix. Den da. Ich gehe immer zu nah ran. Mann. Das ist ein Nerv. Wir haben nur ein Estos-Flakon. Ich weiß. Ich bin scheiße. Ich habe nicht das Gefühl, ich bin mittlerweile so schlecht geworden im Simplen Dark Souls. Oh, Mann. So, aber das fällt hier frei. Für einen Estos-Flakon. Ich drücke Y. So, jetzt. Das ist für mich halt echt schwer gerade. Vielleicht einfach an ihm vorbei, das Item holen und dann YOLO. Würde auch gehen, aber ich will. Das hier scha... Mann. Ja, der ist doof. Oh. Ich kann das nicht mal, ohne dabei lachen zu müssen. Oh. Ach, komm. Yeah. 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 Hi, hab'n Huhaha. Let's go. Wow. Everybody supersonic racing. A drücken nicht. Ypsilon. Blauer Tränensteinring. Ja, den brauchen wir überhaupt nicht. Nee, ist der so scheiße? Ich glaube, der macht irgendwas mit Magie und... Komm, ist der Gasse da... Wie? An ihm vorbei, Cola? Nee. Das klappt leider nicht. Seine... Der ist massiv. Massiv? Also seine... Seine Hitbox ist halt, glaube ich, genauso breit wie der Korridor. Eieiei. Wenn man dran vorbeigehen will, wenn man ihn treffen will, ist er so klein wie eine Erbse. Million jetzt, lecker mit Brötchen essen. Oh. Für Kylie Minogue ist umgesund. Für Kylie Minogue ist umgesund? Ja, lecker mit Brötchen essen. Ist für Kylie Minogue umgesund. Was? Ist so ein Stefan Raab-Dings gewesen. Da war er mit Kylie Minogue irgendwie in einem Interview und hat ihr ein bisschen Kölsch beigebracht. Ah, okay. Und da hat ihr beigebracht, Million jetzt, lecker mit Brötchen esse. Und dann gab es noch ein Follow-up dazu, wo er dann eine Badehose für das erste TV-Total-Turmspringen gekauft hat. Ja, zusammen mit Kylie Minogue. Genau. Die hat ihn begleitet. Genau. Und danach sind sie dann... Hä? Ach, er! Warum? Ja, er hat sich gehört. Ihm hat deine Badehose-Geschichte nicht gemacht. Nee, aber auf jeden Fall sind sie danach dann in halt eine Metzgerei gegangen. Und da haben sie dann, ähm, und da haben sie sich dann lecker mit Brötchen geholt. Und dann hat er ihr gesagt, ihr, Million jetzt, lecker mit Brötchen essen. Und, ähm... Wir gehen jetzt lecker mit Brötchen essen. Genau. Million jetzt? Ich denke, was, Million hier? Million jetzt? Million jetzt, ja. Lecker mit Brötchen essen. Ja, ja, ja. Lecker mit Brötchen essen. Ja, ja. Das, ja. Genau, und dann sind sie da hingegangen und dann... Und da hat er ihr erzählt halt, äh... Wenn Kylie Minogue ist in Germany, äh, Metzgrötchen ist ümmesonst. Und er hat dann halt einfach der Kassiererin gesagt so, wir schicken das Geld und dann die Kamera so, äh, so, 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 zugezwinkert. Und dann hat er ihr das nochmal gesagt, ist ümmesonst. Und sie, sie hat dann so, auch so in die Kamera geguckt, große Augen und dann, ümmesonst. Das ist super. Das habe ich als Kind tatsächlich, habe ich meinen, äh, meinen Vater damit total in die, in, in, verrückt gemacht, weil ich das ständig zitiert habe. Ja, ich war früher, äh, echt so, so schlimm, dass ich Sachen, die ich lustig fand oder so, einfach immer zu Tode zitiert habe. Ah, sehr gut. Oh, das ist jetzt... Nee, nee, überhaupt nicht gut. Ich war so nervig. Ja, das war gut. Das, das... Oh, grauer Brocken sogar. Das ist sehr gut. Ah, der graue Brocken. Ich, der, ich glaube, ich mache mal Progress und besiege mal hier. Mache mal Progress. Ah, ich habe schon wieder Y gedrückt. Ja. Ja. Jo, Jo, Dat. Ist auch so ein Ding, was er hier beigebracht hat. Jo, Jo, Dat. Irgendwas anderes hatte er ja auch noch gesagt und da hat er aber irgendwie eine feuchte Aussprache gehabt und da hat er sie dann immer irgendwie halb angespuckt. Okay. Und dann, äh, er wollte halt mit ihr eine Konversation führen auf Kölsch und da hat er, hat er dann halt, äh, irgendwie hat sie ihm gesagt, wenn du das nochmal sagst oder so, dann, dann schlage ich dich. Und dann hat sie ihn immer geslappt und dann, und dann hat er, hat sie ihn immer geslappt und dann Jo, Dat. Also, super. Also, ich kann diese Kali Minogue-Stefan-Rab-Geschichten nur empfehlen. Sind echt lustig. Okay, wow, jetzt geht's los. Papapapam, papapapapam, bam, bam, bam. Der ist eben. Der ist. Der ist, wenn der ist. Der ist mit dem Traumgasten. Jo. Snatch. Der ist ein glattes Snatch. Der kann ja nix. Ne, unser Falken-Schnabel ist ja auch schon so weit aufgerüstet. Der kann ja nix. Der kann überhaupt nix. Issa, issa, issa. First try, baby. Ihr habt gesiegt. Yeah, Menschlichkeit und, äh... Dieser Heimkehr-Knochen, von dem alle erzählen. Der ist echt gut. Der ist in der Bäckerei kaufen kann, aber das stimmt gar nicht. In der Heimkehr-Bäckerei... Jo. ...gibt es manche Knocherei... Jo, jo. Zwischen Milch und... Guck mal, was der Ring tut, bitte. Ich möchte einfach nur wissen, warum der so scheiße ist. Der alte Hexen-Ring, der kann nix. Ne, der andere, den wir eingesammelt haben. Der blaue Verstärkte-Verteidigung-Wentipäke-Ring. Naja, okay. Ja, eben. Das ist so. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Ist nicht der schlimmste. Da liegt was. Wo? Hinter der Kiste. Ah ja, stimmt. Das ist ja die einzige Kiste, in der was ist. Eine Leiche. Eine Leiche. Naja, eine große Seele. Eine große Seele. Eines verlorenen Untoten. Wow. Ja, die können wir leider nicht öffnen. Die ist verschlossen von der anderen Seite. Haben wir nicht den Generalschlüssel? Ja, aber die ist von der anderen Seite verschlossen. Er stand da nicht. Oh, da kommt der Drache reingeflogen. Ja, ich habe ihn leider schon getriggert. Naja. Das war nicht so gut. Ich wollte nämlich erstmal mit unserem Kollegen hier reden. Ah, hallo. Du kaltest nicht hallo. Farbe davon. Ich bin Solera Bastora. Ein Adherent des Lordes Sonnenlichtes. Jetzt, dass ich nicht... Ja, Verbander. Ich bin voll echt. Nee, der ist kein Unruhter. Nee, das stimmt. Außer der hat Fleisch und Handschuhe an. Möglich. Meine Handschuhe, Fleisch. Vielleicht hat er gerade eine Humanity benutzt. Echt? Die können sowas? Naja, vielleicht ja. So, wir reden jetzt noch mehr mit ihm. Weil wir haben uns ja den alten Hexenring mitgenommen, um ihn potenziell später retten zu können. Aber ich glaube, das hat damit gar nichts zu tun. Wir brauchen einfach nur 30 Humanity, die wir dann, äh, später jemandem geben müssen. Hm. Damit wir ihn im Final Battle mitnehmen können. Das wollten wir nämlich machen. Was klicken wir noch nicht? Ja klar. Nimm dies. Speckstein. Das kannst du lotsachen. Das kannst du lotsachen. Mit Heros, centuries old, phasing in und out. Die sehr Fabrik wavers und Relation shiften und obskuren. Es gibt keine Ahnung, wie lange deinem Welt und mein bleiben in Kontakt. Aber nutze dies, um einen anderen Spirits zu zubereien. Und engagieren sich in eine hohe Kooperation. Natürlich sind wir nicht die einzige, die in das engagiert sind. Aber ich bin ein Warrior der Welt. Wir sind engagiert? Happy Birthday. Oder so. Nee, ist es Happy Birthday? Ja. Happy Birthday, wir heiraten! Naja, engagiert halt. Hochzeiten. Musseltoff. Wieso haben wir den Musseltoff noch nicht? Oh, hallo da. Denn ich will blind werden. See how I glitter. Aber von ihm haben wir noch nicht das Ding jetzt bekommen, oder? Den Speckstein haben wir von ihm bekommen. Und sonst wenn wir nicht, was wir bekommen sollten, das musst du mir sagen. Na, die Geste. Die Geste? Ach, die Praise the Sun Geste. Ich glaube, die kriegen wir jetzt später, oder? Ich dachte, die kriegt man hier. Wenn man das Schloss befreit hat oder so, würde ich jetzt lügen. Hi, Draconi. Magst du mich noch für zwei Sekunden in Ruhe lassen? Ich glaube, das tut er nicht. Ich glaube, der ist ziemlich gemein. Ich glaube, der tut das. Ich glaube, der ist richtig freundlich zu dir. Ich wäre schon tot gewesen. Ja. Hätte er gesehen, als ich am Bett gesessen hätte, hätte er mich schon getötet. Nein, nicht hier lang. War das das Falsche? Anscheinend? Weil ich suche jetzt eigentlich gerade die Abkürzung. Eigentlich müsste die... Ach, da! Ich übersehe das immer wieder. Ja, das ist auch super. Das ist so dunkel und alles. Das ist immer super verschwam. Ja, geil. Wir können upleveln, Leute. Richtig. Stürtet mindestens ein. Ja, Maxi mal wahrscheinlich auch nur ein. Nee, ich glaube tatsächlich, das müssten mindestens zwei sein. Und dann nehme ich tatsächlich den Ring der Opferung mal wieder raus, weil ich dachte halt eigentlich, dass, falls wir das über die Brücke laufen, nicht hinkriegen, dass man den Feuer triggern kann. Da war ich mir jetzt nicht so bewusst. Nee, leben wollten wir, glaube ich. Zwei Stück voll in die Vitalität hinein. Weil jetzt können wir es noch schon sehr gut gebrauchen mit der Vitalität. Ja. Sonst hätte ich halt gesagt, Geschicklichkeit für den Falkenschnabel weiter leveln, beziehungsweise später vielleicht für die normale Hellebarde, weil die hat ein besseres Moveset tatsächlich. Und die wäre wahrscheinlich, wäre es wahrscheinlich mehr wert, dann benutzt zu werden als den Falkenschnabel. Weil ich glaube, der ist irgendwann, hat irgendwann seine Nützlichkeit. Ja, hat er wahrscheinlich überschritten. Oh Gott. Können wir uns eigentlich hier angucken, wie viel wir zum Leveln brauchen? Nein, okay. In Elden Ring hast du da nämlich eine Anzeige, die dir sagt. Wäre die hier nicht? Nee. Also nicht im normalen Statusmenü. Okay. Moment, wir warten einen Augenblick. Ja. Und gleich. Ja. Jetzt ist richtig spannend, oder? Jetzt. Jetzt geht's los. Es geht los. War einfach an ihm vorbeilaufen. Ja. Um uns da das Bonfire zu holen. Das Bombenfeier. Oh mein Gott, das funktioniert mir auch so selten, dass ich hier durchkomme. ich setze dich mal ist ja gerade weg geflogen ich bin mir nicht sicher ja jetzt hat er keinen bock mehr die haben meine defense durchbrochen jetzt gibt es gar nichts mehr zu essen so auf jeden fall haben wir uns damit jetzt auch so eine art shortcut frei gemacht weil jetzt können wir einfach immer hier spawn um den nächsten abschnitt zu machen dann müssen wir nicht unten bei den ratten rumrennen ja das stimmt das ist ja zeitintensiv und kann auch nervig sein und manchmal sind die ratten also auch nicht so toll was heilst drum hast du in crypto investiert aus zeit ich kenne das ja was für kleine leute kommen gehen bitte in diese tür kinder oder was der drache scheint tatsächlich gerade nicht weiter dazu sein ne der hat sich verabschiedet der ist zurück in seine heimat gib mir mal das da das claymore ist auch gut oh gott wo kommst du denn her ne der ist zu nah am leuchtfeuer das hat nicht funktioniert der wird wohl hier den weg runtergegräbelt sollen ah ja stimmt da kommt ja dann von hier oben das war knapp ich will die ganze zeit auf irgendwelche ledges springen und so das ist so jetzt versuche ich hier ja versuche ich hier was gewagt ist er schafft das noch es weil wenn du hier lang gehst dann kommt der man ja den hebel aber wenn den hebel dann selbst noch mal ziehst bleibt tor offen damit haben wir uns den weg zu der kirche bei der wir schon gewesen sind geöffnet kerker schlüssel auch gut musste hier nur noch leben die da raus kommen haben wir eine fett roll haben wir eine fett roll naja war irgendwie so ein bisschen irgendwie ne vielleicht fett ruhig war da ist die normale helle bade die wollte ich auch unbedingt noch haben hat denn das tor wieder zu machen ein ok gut cool damit haben wir die passage auch übersprungen ok cool dann steht ja der große jetzt hinter mir quasi jetzt sind wir wieder hier nun das ja und wir haben taurus besiegt und wir haben ein taurus genau das taurus so ich gehe mal kurz hier ans lagerfeuer singen das lagerfeuer lieb ich singe das lagerfeuer lieb stimmt einen meinen biet der geht ja weil ich hätte auch keinen bock jetzt so weiter zu dichten mir gehen die reibenden wörter aus hätte doch einfach das lagerfeuer lied aus spongebob singen ich habe keine ahnung wie das lagerfeuer lied aus spongebob geht na setzt euch ans lagerfeuer singt das lagerfeuer lied das lagerfeuer lied das lagerfeuer lied das geht noch viel schneller denn erst dann wird es zum hit darum singt es doch ganz einfach mit dam 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 setzt euch doch ans feuer und singt eine melodie eine melodie die ich mir gerade aus dem gegenstand anzahl spezifizieren was machst du uns voll die punkte bringen ja damit wir noch einmal aufleveln richtig nice nämlich in stärke und damit haben wir 16 stärke für die helle barbe die im moment noch schwächer ist als unser falken schnabel war wir den ja schon aufgerüstet haben aber er hat ein base die hatten welch der mit von 110 moment ich guck mal kurz das wollte ich nicht was brauchen wir fürs claim das können wir tatsächlich jetzt auch benutzen das ist sogar besser in allen belangen ich freue mich weil es ist nicht so groß oder es ist auch so ein richtig fettes ding es geht ja das ist ja noch relativ ja ist auch schon noch recht fettes großes ding aber nein ich denke mal ich bin hier so ja die sache mit dem claimer ist halt man ja das können wir eigentlich auch benutzen ja und aber die helle bad hat mehr base damage grundsätzlich schon mal okay oder ist das schlecht das ist schlecht für das lot aber ja das die ist noch ich sehe schon ja heute selbst zweihändig ist ja noch ja nee das funktioniert nicht ganz so warum ist sie noch so her wir haben noch die gewicht dass das heißt eigentlich nur dass unser gewicht also dass wir das das mehr gewicht ist als das was wir vorher ja das ergibt sinn mal kurz aber selbst dann greift er so komisch an den angriff kenne ich nämlich so aus dem rennen heraus so ja der stich angriff zieht irgendwie komisch aus ich ziehe erst mal wieder was ja auf welche waffen wollen wir uns jetzt eigentlich dann kannst du dir aussuchen ich bin dran gleich also weiß ich nicht dabei er anscheinend so heavy hitter dinger sind die schwer sind quasi ja also wir können auch wenn wir beim falten schnabel erstmal bleiben ja würde ich fast sagen wenn er noch momentan besser ist ja waffe verstärken ach so wir haben keine kleinen scherben mehr wir kosten denn kleine scherben 800 wir sehen uns bald wie lange ist dann noch ich habe sogar noch vier minuten meine güte so eine halbe stunde ist ganz schön lang ja wer hätte es gedacht schreibt sie in die kommentare was gedacht hatte wo steht er unsere last belastung 14,6 von 50 wir müssten fest rollen aber sowas von vielleicht haben wir das aber guck dir das mal ja das ist es ist nicht richtig irgendwas stimmt nicht das haut ja vorne und hinten nicht hin das ist eine fast roll aber steht der belastung 14,6 von 50 vielleicht weil es über einem fünftel ist sind wir fertig ja das wir haben eine viel zu langsame rolle wir müssen mindestens eine mit roll haben mit roll jetzt bringt das meiste gilt ja auch nicht schneller willst du uns jetzt auch noch das oberteil nehmen erst mal die kapuze ja okay dann wäre es nur ein oberteil an ich kann es auch umgedreht machen nur handschuhe und mütze keine hose kein oberteil das ist bessere stats bringen sagen wir so äh wahrscheinlich das oberteil nicht an das oberteil anhaben ist wahrscheinlich besser ja ich glaube das bringt den meisten ja den meisten schutz so ich gehe jetzt kurz mal zurück zum feuerbahnschrein ja weil wenn wir am feuerbahnschrein rasten äh haben wir 10 für estos flakons genau das ist besser wenn ich dann versuche na mal gucken ob ich an den zwölf aposteln vorbeikomme naja so sehen wir übrigens geradeaus wir sehen ein bisschen aus wie monkey man ja richtig Andy Serkis der zu lange in der mikrowelle geschlafen hat geschlafen wollen ja da legt er sich immer rein sagst du ja und sich zu freuen ich liebe es wie eine pizza roll zu sein ich will noch eine pizza ich bin auch eine pizza so das haben wir 10 estos und jetzt auf in die katakompen ich meine das ist vielleicht eine sinnvollere zeitsnutzung ich könnte es ja naja ich hätte ich hätte den den magier für dich schon mal ich muss ja auch ein bisschen was auch mal ein bisschen sterben ja das stimmt ich mache wahrscheinlich wirklich so äh quasi äh deathcounter gegenschnitte quasi also zeigt dann halt ne einmal an wie oft wer von uns beiden gestorben ist ok so ein bisschen wie bei joshis äh joshis woolly world na gut wenn du dir das anmaßen möchtest ja zu tun zu maßen ich meine ich habe ich habe zum jetzigen zeitpunkt so viele videos in der hinterhand da habe ich locker die zeit für ich meine ich schneide das ja sowieso zurecht und alles da kann ich auch einen counter mit einbauen ich meine ich hatte ich zwei counter gleichzeitig das war verwirrend warum auch immer ich den sitze unbedingt counten wollte das verstehe ich bis heute nicht naja eigentlich habe ich den actually counter nicht gemacht actually wenn ich wenigstens irgendwie schöne stromwohnen anziehen daneben der respond nämlich nicht wenn man den gekillt hat und da wurde ich einfach gedrillt 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 das b steht bone yeah wurde gedrillt 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 yeah ja jetzt habt ihr einige einige möglichkeiten gesehen wie ihr euch dark souls ein bisschen leichter machen könnt lasst einfach den feinort spielen so mache ich das weil ich so der pro bin ja ne das sind halt tatsächlich so ein paar kleinigkeiten also zum einen halt das einfach den generalschlüssel mitnehmen und dann bei havel runter und dann durch den wald und so das ist halt die eine möglichkeit oder man geht halt durch die untoten burg besiegt den taurus dämon und macht halt dann das mit dem ganz schnell durchrennen wo das schwein ist und so was ich halt einfach voll eisersignoriert habe jetzt so ja ähm und wenn man da nach oben rennt und halt einfach direkt das tor wieder aufmacht dann hat man das halt offen oder halt beim drachen einfach ein bisschen hinter da rechts auf der seite da warten hinter der wand bis er sich halt wirklich da in die bewegung begibt der war bei uns aber tatsächlich irgendwie ein bisschen komisch drauf also der ist ja dann einfach umgedreht und dann ist er einfach abgehauen das ist auch nicht normal das erste mal so bei mir tatsächlich einfach aus der welt gefallen aus der welt gefallen ja der wollte sich eigentlich wieder oben hin positionieren da oben sich hinsetzen wo er normalerweise sitzt ja und ist dann einfach runter gefallen das habe ich voll vergessen die sind aber auch schlüpfrig hier die alten männer ich hab ich drück rollen oh man das das problem mit auch bei eldenring noch der buffert deine inputs aber wenn du angriff gedrückt hast und dann noch rollen möchtest stellenweise macht das statt der rolle einfach noch ein angriff und ich verstehe es bis heute nicht so den haben wir jetzt besiegt das heißt alle die jetzt hier so rumrennen von den skeletten werden nicht wiederbelebt beim nächsten mal sehr gut oder übernächst mal je nachdem wann ich das nächste mal hier bin ich hoffe ihr seid das nächste mal auch wieder hier wenn es wieder heißt let's play dark souls solz 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 dankeschön fürs zusehen wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder und dann spielt der captain und damit war es das mit der folge tschüss bis dann bye